Wer schreibt denn so etwas Bösartiges? Was kümmert dich das? Das ist mein Name, der durch den Schmutz gezogen wird. Ist er hier? Äh, ja. Deswegen wäre es wohl für alle das Beste, wenn Sie... Wer hat diesen Dreh geschrieben? Mr. Keane, dies ist nicht der richtige Ort. Ich schlage vor, Sie verfassen einen Leserbrief. Wovor fürchten Sie sich? Nur weil die Leute meine Arbeit mögen, heißt das automatisch für Sie, dass es schlecht ist? Nein, aber zur Kunst wird sie dadurch auch nicht. Kunst sollte erhebend sein, nicht gefällig. Ganz besonders in der Halle der Bildung. Sie haben keinen blassen Dunst! Warum wird einer überhaupt Kritiker? Nur weil er selbst nichts schaffen kann! Ach, herrje. Immer diese alte Leute... Unterbrechen Sie nicht! Sie wissen doch gar nicht, wie das ist, wenn man seine Gefühle nach außen trägt! Unverhüllt! Und die ganze Welt kann sie sehen! Welche Gefühle? Das ist gekünstelter Schmiererei. Ihr Meisterwerk besteht aus unendlichen Keynes und dadurch wird es zu unendlichem Kitsch! Geschwindig! Untertitelung. BR 2018